Musik Ich muss sagen, mir gefällt es hier super gut, weil ich komme jedes Jahr zu der Best of Events, weil man hier wirklich an einem Ort einfach alles findet, egal was man sucht. Alles Wichtige aus der Branche ist hier vertreten. Ich komme extra aus Luxemburg, um eben all diese Stände mit den verschiedenen Materialien oder Künstler, Ideen, die man hier finden kann, das lohnt sich für mich bis hin zu kommen. Musik Zum Jahresauftakt treffen wir hier die Kunden. Die Branche trifft sich, wir können Projekte vorstellen, neue Technologien. In diesem Jahr Dubai, was unser Schwerpunkt ist. Die Best of Events ist für uns die Leitmesse im Eventbereich. Dementsprechend ist es für uns einmal im Jahr sehr wichtig, hier da zu sein. Dieses Mal präsentieren wir unseren neuen Katalog hier auf der Best of Events. Und zudem ist für uns die Kommunikation und das Networking sehr wichtig. Und das fördern wir hier auf der Messestand sehr gut. Musik Es lohnt sich auf alle Fälle auch für kleine Firmen auf der Best of Events dabei zu sein, weil hier viele Kunden sind, die sich neue Attraktionen für Events aussuchen. Wir machen einen hohen Prozentsatz des Jahresumsatzes nur über die Best of Events. Und deswegen sind wir jedes Jahr mit dabei. Ich kann mir hier einmal natürlich erstmal wieder einen Überblick verschaffen über neue Gewerke, über die Eventbranche im Allgemeinen. Ich treffe hier auch Zulieferer von uns. Man trifft auch viele Kollegen und da kommen tolle Gespräche zusammen. Musik Musik Die Best of Events hat sich im Laufe der letzten Jahre zu dem Branchentreff entwickelt. Und es ist für uns auch als Aussteller der ersten Stunde ein Muster einfach hier zu sein. Denn wir treffen hier bestehende Kunden. Wir treffen Neukunden, Kunden mit denen wir gerade im Gespräch sind. Aber wir treffen auch den Nachwuchs der Branche, also die Auszubildenden hier. Hier quasi unsere Kunden von morgen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017